ARD Text im Auftrag von Funk Oh, jetzt lächelt er Ich bin der Eslonia, du hast deine Prüfung bestanden Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen Super You're welcome Ja, kein Problem Welch aufregendes Abenteuer Es liefert Stoff für eine Legende Oh Legende also Immer kann ich nicht glauben, dass die Todongos, die wir für ausgestorben hielten In so großer Anzahl zurückkehrten Und der Fels, der den Eingang zur Höhle versperrte Der Höhle versperrte Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König verantwortlich Oh mein Gott Er sprach Gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen Du hast dein Leben für uns riskiert Ja, ok Ich mag dich, Kleiner Ich mag dich, ja Stranger Danger Was hältst du davon, wenn Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Stranger Danger, Stranger Danger, Bad Touch, Bad Touch Super Ideen an einem Kinderspiel Blutsbrüderschaft überhaupt anzusprechen Keine Angst, keine große Feier Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich Ich find das interessant Wir sind genau in Seiner Crotch Ja So Standgebläsegröße Wir sind auch ein Kind Das macht es nicht anweirder Ja Achso So viel Drara für so ein kleines Steinchen Das ist der Koronenopal Der Koronenopal Glaube ich Ja Oder ist der Koronen Nein Der Koronenopal Ja, das war schon Ja Ja, Wahnsinn Der Koronenopal Von den Koronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben Eine große Erde Eine große Ehre Blutsbrüderschaft mit einem Koronen zu schließen Du besitzt nun zwei heilige Steine Such nach dem Blick Ich glaub nicht, dass das die Definition von Blutsbrüderschaft ist In dem Spiel schon In dem Spiel schon Oder du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen Die Fee auf dem Gipfel des Todesbergs hilft dir dabei Noch eine Fee Freunde Lasst uns unseren Bruder verabschieden Wo wir vorher gerade bei Bad Touch und Stranger Danger waren Meine Hochacht Ich muss mich raten Die Tante Was zur Hölle Was geht Ich liebe es Er redet einfach weg Würde ich auch Ich bin mir jetzt nicht sicher Jetzt haben wir ja die Bomben Jetzt können wir sogar rauf auf den Berg gehen Vielleicht schaffen wir es jetzt Die Fee zu besuchen Die sagen Oh, ich bin eine Fee Oh, da kann man springen oder was Achso, die Felsen muss man springen oder was Was für ein Blastradius habt ihr Das Bomben-Timing habe ich echt noch nicht wieder raus Das war jetzt super Yeah, Rubine Wieder Rubine in die Tonne Yeah Hörst du das Moon? Hast du das gehört? Ist das eine Mumu-Kuh? Das ist eine Mumu-Kuh Ja Ein Mumu-Kuhli Aber das zeigt an, dass da irgendwo Ein Geheimnis ist Ein Moon Hey, urviele Rupees Ach, was geht das denn? Das ist die Helga Das ist eine Kuh Und wenn wir eine Flasche hätten, könnten wir von ihr Milch mitnehmen Milch ist ein rares Gut in dieser Welt Und es füllt Achso, und deswegen gibt es einen Milchverkäufer von der Lon Lon Farm Farm, ja Weil es so gar ist Was machen wir da jetzt? Wop Dürfen wir da noch? Gar nichts sein, oder was? Doch, doch Aber deshalb haben wir das Schild mit Natürlich, weil er auch, weil er auch, das ist auch grundsätzlich, sobald man ein Schild trägt, werden die Gesetze der Physik aus der Kraft gesetzt Was hast du glaubt? Gib mir einen lang genügend Hebel und ich hebe die Hebel, so ungefähr Gib mir ein groß genügend, groß genuges Schild Ich bin doch schon fast da, lass mich durch Ich bin doch schon fast da, lass mich durch Ach, ach, ach Wupp Wupp Ich hab's nie gehört. Ah genial. Und. Noch eins. Ach dammit. 316-O-Scope. Naja, beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal. AWP Meisterschütze bin ich keiner. Es hat funktioniert, oder? Er kann nur sein Disgust ausdrücken. AWP Meisterschütze. Ich glaub es ist hart. Was denn? Counter-Strike. Nein, mit dir will ich noch nicht reden. Mit dir will ich auf keinen Fall reden. Wieso? Weil er mich, glaub ich, runterbringt vom Berg wieder, wenn ich's will. Das wär in der Tat nicht so optimal. Das brauch ich jetzt noch nicht. Das brauch ich gleich nachher. Feenquelle. Eine richtige Feenquelle. Eine richtige Feenquelle? Ja du wirst nicht sehen was ich mein. Mit dem richtigen Lied. Da wird eine richtige Fe搭' erscheinend. Und dann? What the heck? Tja, ihr Make-up. Was zur Hölle? Ja. Möchtest du? Hallo, mein süßer Ortsku. Ich bin eine Fee der Fähigkeiten. Die Fee der Fähigkeiten. Wolltest du nicht die Fee in einer Ebene machen? Hallo, mein lieber Ortsku. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Die Schwerttechnik des Stadenstoßes. Sei bereit. Kleiner. Oh, Alter. Was hieß das, Alter? Ich mag's nicht. Ein polygonarmes Modell einer fast nackten Frau. Ja, und die Punkte kommen aus ihrer scheiß Vagina raus. Hier, nimm deinen Mumu-Juice und ich reibe ihn dir aufs Schwert. Ich schau dir aufs wie so'n scheiß Meth-Hor, echt. Magst du das leben? Ich beherrscht jetzt die kraftvolle Wirbelattacke. Halt den Begeltrückst und den Schwert aufs Schwert. In Urban-Slang heißt das auch Helicopter-Dick. Ja, ich mag das. Mann, siehst du, das schaut echt aus wie so'n Meth-Edict, echt. Mann, ich mag das. Schau dir das Ding an. Ich weiß. Das ist eine echte Fee. So, bitte. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke? Verbrauchst du magische Energie? Achte also auf deine grüne Magie-Leiste, Rufzeichen. Special wird rauskutzt. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Das ist so schwer, als du da reden. Wenn du wieder dort bist, dann... Ich kann's nicht, es geht nicht. Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe, das Schloss ist bei einer guten Freundin von mir vorbei. Nimm auch den guten Preis, halbe Stunde 20 Uhr. Sehr bitte, da hat was für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern, wenn du verstehst, was ich meine. Die poliert dir das Schwert. Für einen Sonderpreis, wenn du ihr sagst, dass ich dich geschickt habe. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Das ist ja schön, wenn du so. Halbe Stunde 20, Ruf hier nicht. Also für das Schwertputzen. Für das Schwertpolieren. Polieren, ja. Nicht putzen, putzen musst du selber. Putzen musst du von ihr. Was ist es? Childhood ruined, oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, mir sind alle diese Dinge sehr klar. Und in der nächsten Episode von K-Schnupps sehen wir, was für lustige Double-Entendros noch in diesem Spiel versteckt sind. Schau, Papa. Ich schau sogar. Ich schau. Ich kenne es. Alter, das ist ein Kinderspiel. Was zur Hölle? Als Kind kriegst du das alles nicht mit? Ich schau. Was zur Hölle echt? Du siehst. Nein. Nein? Gibt es denn noch mehr von so? Das ist sicher. Oile. Oile.